Jesus hat mich befreit von alten Verletzungen und daraus resultierenden Denkmustern und Verhaltensweisen. Jesus hat mich mit so viel Liebe beschenkt, so viel über mir ausgeschüttet, das habe ich in meinen 58 Jahren noch nie so erlebt und diese Liebe möchte ich jetzt einfach weitergeben. Jesus gibt mir das Gefühl frei zu sein, weil ich zu ihm immer so kommen darf wie ich bin. Durch Jesus kenne ich mein genug und kann dazu stehen. Jesus hat mich befreit von Versorgen und hat mir gezeigt, dass er mein Versorger ist. Jesus ist mein Möglichmacher, sowohl in mir als auch mein gesamtes Umfeld und alles um mich herum, mein Leben, alle Gestaltungen. Jesus hat mich gehalten von Depressionen und hat die Wunde gehalten mit Liebe. Jesus hat mich beigemacht von Stolz. Jesus hat ganz klar in meine innere Lehre hineingesprochen und mir gezeigt, dass er eine persönliche Beziehung zu mir führen möchte. Durch Jesus bin ich frei von Furcht. Jesus hat mich freigesetzt von den Vorstellungen, die die Gesellschaft für mich hat und ich möchte Großes für Gottes Reich tun. Jesus ist meine Stärke in meiner Schwäche. Jesus hat mich von Verlust, Angst befreit. Jesus hat mir in diesem und auch im letzten Jahr gezeigt, dass er wirklich durch und durch treu ist und dass er immer nur das Beste für mich bereit wird. Wir sind City Church. Seek the one. Be the one. See the one. We are one. Seek the one. Be the one. See the one. We are one. We are City Church. City Church. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!